So Lucky, wir waren hier heute in der Bowlingbahn zu Gast. Hast dir hier mal ein bisschen auf der Bowlingbahn beweisen dürfen, hast eine gute Figur gemacht. Macht dir das Spaß? Ja, macht Spaß. Ich freue mich wieder hier beim Bowling-Zentrum sein zu dürfen und heute hat das Spaß gemacht. Du hast hier auch eine gute Treffsicherheit bewiesen. Nutzt es einem da als Ballgefühl, das man vom Fußball hat, auch auf der Bowlingbahn was? Ja, genau. Ich denke, das ist jetzt ein gutes Zeichen, dass das auch auf dem großen Platz immer besser wird. Das wird auch besser und es war schön, hier ein bisschen selbstbewusst zu holen. Die Mannschaft ist ja auch öfters mal zum Mannschaftsabend zu Gast. Ist es wichtig, dass man auch abseits des Feldes auch mal so Aktivitäten hier zusammen durchführt? Ja, natürlich. Das haben wir auch früher gemacht. Das werden wir auch weiter tun und es ist eine gute Möglichkeit, sich ein bisschen zusammenzutreffen, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen vom Fußball abzuschalten. Und wie ich gesagt habe, das macht Spaß und das werden wir weitermachen. das macht Spaß.